Das Sechste Römer In dieser Gruppe wird erhoben, auch von der Mitte des Streichs. Austria, No. 208. Achter und Brülewski von der Ukraine. No. 17. Vustiläck. Kasgari von Kasachstan. No. 200. Ulfas. Sassabon von Russia. No. 157. Tommaso Dotti von Italy. No. 103. Jettum Ademai von Belgium. Er dreht diese Titel. Vustiläck. Vustiläck. Vustiläck aus Dresden für Deutschland. Tommi Rieske. Und schaut jetzt an, das kommt vorher oben. Hat der Tafel eingeblendet, als vor Ruhe geht. Führer. Wir drücken natürlich hier jetzt noch diese langsvolle Dauer an. Das werden wir in die nächste Runde kommen. Und ich sag das schon wieder nach. Ja. Aus diesem Runde, wo wir in die sieben Zeitstätten sind. Also. Tommi Rieske. Die Aufrufe für Deutschland. Auch niemals. Wir haben jetzt noch eine große Runde. Jetzt sage ich, wir haben die B-I-B-U-B-Name. Wir sind hier in die zweite Position. Tommi Rieske. Tommi Rieske. Aus Italien. Tommi Rieske. Tommi Rieske. Für neueевики. Der vierte Gäste. Tommi Rieske. Tommi Rieske. Jungs. Die sind hier oben in der zwei carrige Ere. Vielen Dank.